Oh, Milch! Trink! Das war ein Spieler, oder? Mann, meine Milch umsonst gesoffen! Oh, der hat mir meine Skefs weggeknallt, ja. Ja, der Weihnachtsmann ist da hinten. Wo? An der Holzhütte! Ich seh ihn! Der hat mich gewungen! Geil, geil! Hier, er tut was hin! Ah, ne Powerbank, ne Powerbank! Warte, ich pack was hin! Weck mal, hier! Da, hier! Ich hab's mal hingelegt! Ey, was ist das? Die Mühe? Ey, ist mein Weihnachtsgeschenk, Alter! Hab ich auch was gekriegt? Ich knall euch jetzt ab, Alter! Macht euch aus dem Staub! Ey! Weck da! Ich hab nichts gekriegt, oder was? Hat er mir den Mittelfinger gezeigt? Haut jetzt ab! Ihr habt alles! So! Ey, wird er geschossen! Ich! Weg mit euch! Danke! Das Bein weg! So! Alter! Warte, ich geb dir was! Na, was soll die Scheiße? Na ja! Müssen wir im Jumme ranlassen! Das ist ja... Ihr kriegt eure Weihnachtsgeschenke und wartet auf den nächsten! Geh mir den mit! Ui, er ist noch nicht gelootet! Ich habe ja nichts gekriegt, jetzt! Er ist noch nicht gelootet! So! Du musst ihm was droppen! Na hab ich doch! Oh, ich hab so ein krasses... Ah, ha, ha! Ich hab so ein geiles... Äh... Wartet! Ich hab ihm was getroppt und ihr habt alles weggesammelt, Alter! Wie die Geier, Junge! Guck mal, was ich geiles hab! Warte, Weihnachtsgarten! Warte mal! Oh ja, Aljonka! Danke! Danke, lieber Weihnachtsgarten! Guck mal, mein geiles Nachtischgerät! Glaubt, weil die nehmen auch so viel Platz weg! Du hast zwischen den Dingern noch so viel Luft! Weil die... Die sind so rund, weißt du? Die sind nicht mal eckig, dass sie wirklich den Platz auskosten! Die haben die halt schön rund gemacht unten, dass du ja rechts und links noch eine Bratwurst reinschieben kannst! Guck mal! 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 so einstellen kann, dass ich es nicht nochmal höre. Also, oder nur per Knopfdruck genommen zu testen. Als Monitor mal so zum Testen. Ansonsten so wie es jetzt ist aktuell ja immer an. Ich höre mich immer selbst reden. Das war am Anfang so extrem krass. Und weil ich mich ja man hört sich ja sowieso selber reden, innerlich sozusagen. Und dann hörst du das nochmal, dann kommst du dir schon so übelst laut vor. Von daher spreche ich eigentlich manchmal so ein bisschen leiser. Weil ich denke, ich schreie euch die Ohren weg. Und dann gucke ich im Stream und denke mir auf, naja, ist gar nicht so laut. Du musst vielleicht doch ein bisschen lauter sprechen. Was sagt ihr? Stehen die Chancen gut? Resortfreie Bahnen. Schnell rein, schnell raus. Chancen steigen schlecht. Frage hat sich von selbst beantwortet. Zwei Knaben. Oh. Oh. Shit, aber einen haben wir ja umgebügelt, einen weggemacht, Junge, yes, 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 yes. Sind immer noch Aktivitäten zu verzeichnen, so. Ja, ich hab's gehört, Kowalski. Wollen wir da wirklich rein, Skipper? Aber sicher, kleiner Private. Es ist unser Kopfhörner Job. Den bringen wir entweder zu Ende oder wir gehen hält drauf drauf. Ich will aber nicht sterben, Sir. Das will keiner von uns. Zwei Stück. Dein Schaltdämpfer kam gerade rechts über meinem Schädel zum Vorschein. Ja, das soll ja auch so. Alter, das lange Ding. So, lang hättest du auch. Du weißt doch nur, wer lang hat. Zeig's nicht in Beune. Kann auch baumeln lassen. Du musst auch aufpassen, dass du nicht drauf trammelst. Ein Bier holen. Also hier ist mir die Tage missgeschickt passiert. Was denn? Ich bin hier oben entlang gespurtet, so wie jetzt. Ja. Und ich hab die Bremse zu spät gezogen. Dann bin ich da so runtergerutscht. Da geht's noch nicht mal weiter, aber das ist doch knapp zu Ende, oder? Kommst du noch nicht mal raus? Ich bin hier runtergerutscht, hat bumm bumm gemacht. Ach so, da unten scheppert's? Ja, ja, klar sind Minen halt. Die am Hang schon. Nicht unten. Von da unten bin ich nicht mehr ganz gekommen. Er hat auf dem Weg dahin schon die Mine verkostet. Aber ich hab Die Quest geschafft, die ich noch nie geschafft hab. Kannst du eigentlich, Ronald, an deinen Pimmel kriegen? Was? Weiß ich nicht. Kommt mir grad so in den Kopf, diese Frage. Jetzt angesichts unseres Themas gerade. Und wie gesagt, das Druckstellen, damit ich auf Ronald gekommen bin. Oder geht sowas? Hast du mal was gehört? Nein. Ich bin ihm buchstäblich in den Arsch gekrochen. Alles da vorne ins Kliff, oder wieder Bluch. Deine Ich hoffe es war kein Skeffspieler. Mein Karma im Arsch, Alter, direkt weg. Ich weiß nicht, ob wir den Sportfreund erschossen haben. Aber ich habe keinen Bock hinzugucken. Wenn wäre es ja schön, aber 1900? Könnte sein, könnte sein. Da liegt er am Dreck. Da haben wir ihm noch den Arsch aufgerissen. Alter, ich habe den voll in die Fresse geschossen. Rein hier. Den Arsch verbinden. Da haben die mir noch ein Stück geschossen. Aber meine Milch tickt. Oh, Milch. Drei Skeffs mit einer Tüte Milch. Das war ein Skeffspieler. Scheiße. Aber er versorgt uns. Aber er versorgt uns. Blöde Mütze weg. Mann, so ein Mist, Alter. Aber er sah gut aus. Mit Helm und allem drum und dran. Wie ein echter Mensch. Ja. Ja. Ich höre dich. Ich höre dich. Komm her, komm her, komm her. Wut. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Wut. Ich höre dich. Wut. Ja. Vier mit einer Tüte Milch. Das ist der Fünfte. Wie viel Zeit haben wir noch? 112 Sekunden, schnell nachladen. Weg war umsonst. Alter! Oh ey! Hä? War der nah Junge? Ich habe keinen Stim genommen. Schnell, schnell, schnell Team Lich! Mann! Ich lauf gegen die Wand! Ich habe schon wieder einen in die Fresse gekriegt. Die Milch! Aua! 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 Es kam ein Gefühl von allen Seiten. Keine Ahnung. Da lässt sich nicht lumpen. Aua! 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 Es war aber nicht da. Hier muss noch einer sein. Aua! 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 Ist er reingerannt oder was? Hier am Tor. Am Haupteingang. Mit dem Tarnnitz der. Das sind zwei. Zwei sind da vorne, Benchy. Hier hinterm Zaun? Lebst du noch? Ja, ja. Ich bin hinterm Zelt jetzt. Ich decke mal die andere Richtung. Rennen außen rum. Und der andere kommt auch rum. Was? Hä? Ich habe überhaupt keinen gesehen, Alter. Wo ist denn da hingeratscht? Ich habe noch mit Fallstipps gehört. Oh, geschafft, Leute. Was geht's? Oh, geschafft, Leute. Wie konnte er mich denn sehen? Ich habe ihn nicht mal gesehen, Alter. Wie konnte er mich denn sehen?